Schlösser, Burgen und noble Landsitze, auch das ist Schottland. Das altehrwürdige Prestonfield-Haus aus dem 17. Jahrhundert ist der ideale Ort für unsere nächste Challenge. Aber um was geht es wohl heute? Oh oh. Hallo, gentlemen. Thank you, Lattes. Very welcome. Und nimm ab. Ja. Hallo, Jungs. Endlich dürft ihr euch mal von einer ganz anderen Seite zeigen. Diese Challenge heißt nämlich Manieren oder Blamieren. Ein lustiges Wortspiegel schon mal. Übrigens eine Hero-Challenge. Das bedeutet, sie zählt doppelt. Das Ergebnis erfahrt ihr aber erst im Finale. Also benehmt euch, wenn ihr gleich euren Local Coach Grant Harrell trefft. Er war nämlich der persönliche Butler des heutigen King Charles. Mittlerweile bildet er den königlichen Butler-Nachwuchs aus. Und heute natürlich euch. Okay. Finde ich cool, dass du endlich mal lernst, wie man sich benimmt. Finde ich auch. Das ist ein richtig schönes Hotel. Ja. Und dann steht da einfach wirklich vor uns der ehemalige Butler von King Charles. Hallo. Hallo. Hi. Pleasure. Eddie. Nice meeting you. Ken. It's Ken. Ken. Eddie. Eddie. Yes. Er sieht ja super aus im Anzug. Wir kommen da an wie hin zu uns. We are a bit underdressed, no? Um, well, the kitchens are that way. A little bit. But we can work on that. So, what do we do? Why are we here? We're going to do a little dining class. We're going to do a little afternoon tea class. Because obviously that's a big etiquette tradition. By the time we're done, you'll be ready to meet a member of our family. Or you can even possibly pass off as a member of our family. A little spoiler. That, what's happening there, is everything different than the king. Yeah. It's really loud. Here in Scotland, we do it like this. Oh. Yes. Bei der heutigen Challenge müssen Ken Dukin und Edin Hasanovic zum perfekten Butler werden. Und zwar für echte Gäste eines typisch schottischen Afternoon Tees. Der königliche Butler, Grant Harold, wird dabei jedes Detail bewerten. Handles always go to 3 o'clock. Spoons always go to 6 o'clock. Vor der Prüfung steht aber zunächst eine Nachhilfestunde in Sachen Manieren auf dem Stundenplan. Klassische Sabotage. Möp, 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 fire him. You do kill him, you do the teeth straighter. But there was no teeth straighter. Yeah, so you have to do it by your own. Hat er gesagt, wenn es da keins gibt. Also, man, it's so, I mean, like, one plus one is two for me. My first impression of Eddie was, this was going to be interesting. He's a very strange chap. So, would you please sit down? By my own, or what? You want me to sit by my own? Where I am here? Set die da jetzt in. Ich muss mich hier selber hinsetzen. Was ist denn hier los? Stell dir mal vor, ich bin hier King Charles. Oh, no tea for me. Thank you, sir. I don't want tea, sir. Sir, no tea for me. Für einen Moment wollte ich dir die Tee kann in den Kopf schmeißen. Wieso bist du denn so nervös? Was ist denn los mit dir? Du machst mich total nervös. Bisher hast du, glaube ich, alles falsch gemacht, was man falsch machen. Ja, jetzt darf ich ja noch was falsch machen. Okay. Dann haben wir von Butler Harold also gelernt, wie man sich als Butler verhält und dann, wie man sich als königlicher Gast zu verhalten hat. So, again, it's for your comfort. Hands off the table. Hands off the table. Hands on the table. Okay, so now we can begin. Oh, no, we don't suck. Don't suck anything at the table. Anderser table, wie du. No, we don't suck anything at the table. Never ever do this. This is a terrible mistake. We never stick anything up at the table. No public erections and you're not testing the wind direction. Der Grant Butler ist eine absurde Mischung aus entspannt und super lustig und präzise und streng. Und das ist eine Mischung, die kann tödlich sein, wenn man nicht aufpasst. Wait, I said, not a gulp. Not a gulp. It's not a pint. It's a cup of tea. Wie er Tee getrunken hat, es war völlig daneben und zurecht zu bestrafen war unter von der Seite von Butler. Mm. This mm also, right? Mm. Now, how do you eat this? Do you know? I would right now eat it with fork and knife. So you eat it? But you said it's a finger sandwich, but we just grabbed it with the fingers. Grab it with your fingers? Oh, so this is why it's called finger sandwich, no? Yeah, but, 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 but Eddie, you delicately grab it, you don't, oh, it's... Yeah, okay. Yeah, okay. I'm hungry, sorry. So, delicately, beautifully, there we go, and then we take a bite. Mm. 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 And even if you don't like... Mm. Mm. So when you eat it, you say nothing, you just, you smile and you can go, hmm. Mm. Ken, he's quite, his attention to detail, he wants to, it goes wrong, because he's trying so hard. Where Eddie, Eddie's just confused, bless him. He's just, he's just lost. Was danach folgte, war eine, ich möchte sagen, bizarre Konversation, die wir zu Tisch geführt haben. Delicious, yes. It is very delicious. And don't forget conversation-wise, we can now have a conversation. Now? Yeah. Do you know what we discuss at the table? No. We do not talk about sex, religion, politics or money at the table. We talk about the weather. Oh, really? Are you okay? No, it's like, it's like, oh, um. It looks a little bit drizzly today, don't you think? Oh, yes. Yeah, yeah, it's a little bit drizzly. Slightly warm in the air. Oh, yeah. Mm. Hat sich ganz schön zugezogen, heute. Ob es wohl regnet? Mm. I'm really enjoying the fresh breeze coming through the window. Es ist heute ein bisschen grauer als gestern. This is like half an hour talking about the weather. This is good. This is exactly what you want to... And you can also sometimes talk about, like, animals. Oh, that's good. Oh, schau mal, da ist ein Vogel. You see? It's not, you know? If you see a bed come to... If you see a bed, you can say, oh, look, there's a great tit at the window or something. There's a what? A great tit. A tit? A great tit. It's a bird. It's a bird. It's a bird. Yeah, it's a bird. I'm sorry. In Germany, tit is something. Guys, a very big tit. A tit. A tit. A tit. That went relatively well. Relatively? Relatively well. I mean, you know, it's... What? The next part is obviously you're going to have the test. There will be some guests coming in and obviously you're going to be butlers but you also know from both points how to do things. I'm going to be watching. So every little thing you do, I will know. When you breathe, I will know. Okay. When you smile, I will know. There's one little problem. You might be able to do the job, but you've got to look the part. And at the moment, you look like you've come out from the kitchen. You look like you've just been emptying the trash. Yeah. So I think you need to do a quick transformation into some nice butler outfits. Okay. Endlich der richtige Lok für die bevorstehende Monsieur. You look absolutely immaculate. This is very good. I do feel a little bit overdressed now. This is exactly how I imagine. And remember, I'm watching everything you do. So I might be saying nothing, but I'm watching. So where are the guests? May the guests come in. Und dann führte das zu etwas, das hat sich vorher keiner ausdenken können. Es beginnt zumindest ziemlich perfekt. Ladies and gentlemen. Welcome. The afternoon tea. Please have a seat. Meine Taktik war, mich an alles zu erinnern, was wir gelernt haben. When they walk over to the chairs, they help them sit down. Ladies fast. Das wirkt doch schon mal höchst professionell. Once the ladies are all sitting down, then you can help. The gentleman. May I? Yes, of course. Thank you. Want some tea? Yes, please. Also, eigentlich haben wir uns am Anfang perfekt ergänzt. Wir haben das so gemacht, als hätten wir nie etwas anderes in unserem Leben getan. Wie am königlichen Rufe. You're welcome. You're welcome, sir. Wir haben versucht, den Gästen wirklich jeden Wunsch von den Lippen abzulesen. Yes, ma'am. I have a little fork as well. So schon. Mein Freund Harold, der hat das gesehen. Ich glaube, der fand das ganz gut. That's great. Thank you so much. Vor allem hatten wir sehr zufriedene Gäste. Noch. Das erste, was mich dann aus dem Konzept gebracht hat, war eine Falle von Harold. Do you want some tea? No, could I have coffee instead? Thank you. Nice. Es gab keinen Kaffee in dem Raum. Wir waren auf Tee vorbereitet. Dann dachte ich, zieh dich zurück, lass das einfach Ken machen. Sonst machst du noch irgendwas falsch. Lass ihn lieber die Fehler machen. Thank you. I'm wondering what's happened to my coffee. It's coming. It's coming. I'm very sorry for the delay. Die Situation, dass wir beide da, Butler, für echte Schotten waren, war so hart für mich, dass ich sowieso schon kaum ernst bleiben konnte. Und um diesen Kaffee zu holen, musste Ken durch so eine sehr große, schwere Tür rein und raus. Where's the coffee? The whole point of being a Butler is you do things really quietly. You're not supposed to draw attention. Er lässt mich allein, weil er diesen Kaffee holt. Und ich bin völlig überfordert und weiß null, was ich machen soll. Ich hatte dann irgendwann Kaffee, und es war auch nicht recht. I just heard that your coffee is cold. It is a bit cold. Should I exchange it for you? Thanks very much, yeah. Butler's don't listen in, but the idea is that you do notice there's something wrong. So that was really good. Noch ein Wort der Höflichkeit. Und dann musste er natürlich wieder durch die Tür. So langsam erregt Ken Aufmerksamkeit und wirkt zuweilen etwas übermotiviert. Und schon wieder geht der Trottel nach dreimal Kaffee holen, nimmt er die Jacke, wo sonst als... Hä, na klar, ich gehe durch die Tür! Ich denke an Brot, ich denke an irgendetwas anderes. Vergiss die Tür, vergiss ihn. Es war mir klar, das halte ich nicht länger aus. Ich weiss die Tür. Ah, er pulls raus, fuhh, fuhhinnrgh! Fuhh, mein Gott! Das ist richtig wart. Es ist ein old building. Seriosität! A.D. Oh Gott! Eddie, at that point, lost composure. I mean he literally fell apart and he couldn't speak. A bit awkward but out of there in the room laughing. zusammen heißen er den sonst sammelt hier am ende nur kein punkte ich habe mich dann irgendwann beruhigt und dann standen wir da nebeneinander und er hat natürlich keinen besseren vorschlag als zu den leuten zu gehen und die einfach ich möchte sagen zu belästigen ich wollte herrl zeigen dass wenigstens einer von uns aufgepasst hat diese arme frau hat einfach ein löffelchen benutzt um einen tee umzurühren und legt den wie ein mensch das tut einfach ab und hat ihnen die rechnung nicht mit ken duken gemacht i think your spoon accidentally slipped oh thank you grand harold hat gesagt die teller sind keine ruderbote streng strenger kennen wir haben ständig fehler gemacht jetzt lass dich doch mal in ruhe mensch gestern auf den sack stell dir mal vor ich sitze da dann kommt jemand jede zwei sekunden rein und sagt irgendwie nicht so nicht so alle ist doch mega unentspannt geh mal weg alles bei den leute entspannt essen ich wollte einfach nur punkte sammeln as you mentioned it's too hot should i open the window das ist halt so das problem du hast performt einfach die ganze zeit und dann war mir klar das kann so nicht weitergehen ich muss aktiv werden und die initiative ergreifen an was erinnert sich wohl er denn noch und schon wird auch er die nein mal glue eddie then went up and study cutting one of the heirs finger in the foot here in scotland we do it like this really yes ah ja it's not the best one sorry sir it's raspberry ma'am und dann ging es wirklich darum wer bietet den anderen it's much easier if you put the jam and the cream to the side napkins you do nothing you don't open them you don't they'll do that so maybe you take care about your trousers eddie ended up trying to fix a napkin for one of the gentlemen and at one point it looked like he was about to touch his peepee which is not that impressive for the butler so i was a little bit worried about that you're welcome sir so irgendwann war der t vorbei und die gäste waren bedient dann hat's nur noch ein klares ende und abschlusswort gebraucht ladies and gentlemen may you pay your attention at the great hit over there you see it it's great it's a big one sorry also wenn mir mir einen elf meter hinlegt dann muss ich doch versuchen den zu verwandeln ladies and gentlemen uh butlers i'm going to stop you there i've seen quite a few things i've never seen before in 20 years there's been good things and there's been bad things and there's been interesting things i'm going to leave the room and go over the shock of what i've seen today and then i will give you um the result shortly thank you dann nur noch raus durch die tür auch ein königlicher butler ist wohl nicht perfekt also ich habe das gefühl ken hat zu viel gemacht und ich habe weniger gemacht aber die wenigen sachen die ich gemacht habe auch quasi falsch i think if i had to work with ken and eddie say at buckham palace say i have to go back to do a special dinner and they were with me i think it would be an absolute disaster wen grant herald als vermeintlich kleineres desaster zum gewinner der challenge gewählt hat erfahren wir allerdings erst im finale hopefully he will be able to kind of take some of these lessons and be able to not just for today but use them in life in general maybe eddin führt erst mal weiterhin mit 2 zu 1 es es